hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin es euer bunte steine fan und ihr seht heute geht es weiter mit einem kleinen polybag von lego marvel und zwar die 30 652 doctor strains interdimensional portal wir haben hier 44 teile drin zu einer uvp von 3,99 euro gekauft hatte es für 2,99 euro für 3 euro und ja ist eben mein erstes polybag mit einer dr strange figur also überhaupt meine erste dr strange figur die ich dann in meiner minifiguren sammlung habe und ich fand es eigentlich ein interessantes set und ich würde sagen wir schauen uns jetzt einfach mal an und machen wir es auf ganz einfach da haben wir die ganzen teile plus die anleitung sehr schön und dann haben wir natürlich ziemlich mal hinten hier die anleitung wie immer so ein faltblatt können wir uns mal hier anschauen und ja das sind 6 7 7 bauabschnitte ist das groß und sollte dann fertig sein und dann halt so aussehen am ende ich würde sagen ich baue es jetzt zusammen mit euch machen wir das als live bild weil es nicht viele teile da geht das relativ schnell und als erstes werden wir uns jetzt die minifigur zusammenbauen wie gesagt zum allerersten mal eine dr strange figur die ich jetzt selbst zusammenbauen oder eben dann haben werde ich habe mir gedacht naja nehme ich das polybag mit sieht gar nicht mal so schlecht aus ist interessant und gucken muss uns halt mal an wie gesagt sehr schön ach ich sieht doch schon was das ist ja sehr sehr schön sehr gut sehr gut sehr gut dann kommen die bekommen diese stopper hier mit dran komisch das war das falsche das ist das richtige teil das kommt dann hier rein da haben wir dann schon mal sowas hier und da ist auch noch mal das rein und da haben wir schon mal die figur fertig sehr schön tun wir jetzt eben drauf ok und hält na was ist denn hier los ach das wird bestimmt richtig okay so da bauen wir jetzt mal das interdimensionale tor zusammen so dass hier mal das hier ich muss aufpassen dass jetzt auch was seht sonst bringt der live bild nix wenn ihr nix seht da haben wir das hier schon mal zusammen ich tue es mal hier hin jetzt bauen wir diese kleine häuser kulisse auf die finde ich sehr interessant da kommt der hier hin und hier kommt der hin sieht schon mal sehr schön aus dann kommt der kommt hier drauf dann einmal doch eine asyl blaue platte einmal 1 okay und noch mal eine asyl blaue platte ist sehr schön ok finde ich eigentlich sehr schön dass man so hier eine kleine skyline bauen kann mit wenig teilen und auch mit relativ geringem aufwand auch also das ist sehr schön gut da haben wir es schon fertig das kommt jetzt hier hinten drauf sieht gut aus fällt mir jetzt bauen wir den den ring zusammen okay sehr schön und da hat das schon mal das interdimensionale tor fertig das kommt jetzt hier noch dran okay sehr gut so was kommt jetzt hin einmal das hier okay es sieht schon mal ok das kommt dann eben und da sind wir jetzt auch gleich schon fertig und das war schon da sind wir fertig da haben wir das kleine bild fertig und hier sind die teile die noch übrig geblieben sind von dem ganzen bau das sind die hier gut fertig so sieht es aus sehr schön dann schauen wir uns das set jetzt doch mal etwas näher an zum einen fangen wir mit der minifigur an würde ich sagen da haben wir hier unseren doktor strange und so jetzt kann man das sehen voller bratt und blüte eine sehr schöne minifigur gefällt mir sehr sehr gut sehr schöne torso bedruckung die wir hier haben gefällt mir auch richtig toll mit diesen dunklen blau auf blau akzent das gefällt mir sehr sehr gut gürtellinie ist betrugt und wir haben auch beine bein betrugung im oberen teil ich hoffe das kann man so gesehen ein bisschen sonst gegen nicht genau ja das sieht sehr sehr gut aus dann haben wir hier den umhang den machen wir mal ab damit man die betrugung von rücken her sehen können und das ist die rücken betrugung hier auch ein bisschen mit glanzeffekt dabei das gefällt mir auch richtig toll ja sie gut aus gefällt mir sehr schön gemacht hier mit dann hier der göttel der weitergeführt wird im grundprinzip keinerlei seiten betrugung an den arm oder an den beinen okay aber so weit ganz gut der umhang der ist aus so eine so ein weichplastik weil der lässt sich schön verbiegen das ist ein ganz anderes material sieht wirklich toll aus ein sehr sehr schönes rot gefällt mir sehr gut das hier drauf die betrugung vom kopf her sehen wir auch das ist natürlich typisch dr strange sieht auch sehr sehr gut aus mit seinem bart wir haben einen zweiten gesichtsausdruck noch dazu bekommen machen wir jetzt mal hier dran einmal gedreht hoch und die frisur drauf haben wir den zweiten gesichtsausdruck hier drauf so das ist der zweite gesichtsausdruck von dr strange da sie schon ein bisschen böse aus auch sehr sehr schön gemacht und sehr detailreich gefällt mir hartal standard hartal aber sehr schön mit grau meliert an beiden schläfenseiten gefällt mir sehr sehr gut dass das gemacht haben richtig toll und dann hat er natürlich hier vor seinen händen seinen feuer schilde die er immer so hat auf was es auch immer ist das ist dann auch hier sehr gut dargestellt so und was war noch mit dabei dieses kleine bild im grundprinzip das interdimensionale tor wo wir dann durchgehen können hier in eine andere realität an eine andere stelle meine kleine häuser zeile die ein bisschen zusammengebaut wurde ja aus ein paar einzelnen teilen finde ich sehr sehr schön gelungen da haben wir hier so eine kleine lampe was das sein sondern was das hier ist keine ahnung die box weil sie sich wenn ihr das wisst schreibt sie gerne in die kommentare natürlich finde ich auch das interdimensionale tor hier sehr sehr schön gemacht ich wüsste gar nicht wo jetzt diese teile durchsichtig jetzt vorkommen welchen anderen set wenn ihr das wisst schreibt mir auch gerne in die kommentare rein ja und das war es dann auch schon also mehr gibt es hier nicht zu sehen von daher was sagt man zu dem set wie immer für polypack sehr schön gemacht sehr schöne minifigur die wir bekommen das bild ist auch sehr sehr schön gefällt mir gut wenn das polypack haben wollt und es irgendwo seht für einen guten preis kann ich es nur empfehlen und ihr unbedingt eine doctor strange figur auch haben wollt holt sie euch ihr macht hier nichts falsch glaubt mir ich hoffe euch hat das video gefallen dass mir gerne ein like da ein abo oder ein kommentar das würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann halt beim nächsten video dann wieder also macht's gut ciao ciao und ich freue mich deine fan und ich freue mich deine fan